Nach den tödlichen Schlägen gegen einen Linienrichter und Familienvater im niederländischen Almere bei Amsterdam diskutieren auch die deutschen Nachbarn wieder verstärkt über Gewaltexzesse im Amateurfußball. Frank de Boer, Trainer von Ajax Amsterdam, bekommt einen kalten Schauer, wenn er an die Prügelattacke denkt. Ich kann mir selbst gar nicht vorstellen, dass so etwas passiert. Ich bin ein friedfertiger Mensch. Wie können die Sicherungen bei 15- und 16-jährigen Jungs so durchknallen, was ist da in der Erziehung schiefgelaufen? Wir müssen etwas tun, denn das ist verrückt. Drei jugendliche Amateurspieler des SV News Lothen hatten am Sonntag nach einem Spiel beim SC Beuthenboys einen ehrenamtlichen Linienrichter angegriffen. Der 41-Jährige starb am Montagabend an schweren Hirnverletzungen. Die 15- und 16-jährigen Jugendlichen sind in Haft. Für die Buhr reicht das nicht aus. Es muss dringend etwas unternommen werden. Was man machen kann, fällt nicht in meinen Entscheidungsbereich. Aber man muss etwas machen. Nur darüber zu reden, wäre viel zu einfach. Erst kürzlich hat der niederländische Fußballverband eine Kampagne gestartet. Motto für ein sicheres Sportklima. Aber die Maximalsperre für Junioren auf drei Jahre gesenkt. Man wolle den Jungs eine zweite Chance geben, so der Verband. Die Totschläger von Almere werden sie kaum bekommen. Dieser Fall hat eine neue Dimension.